Die Englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein guter. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben. Aha. Und jetzt meinen sie, dass ich ihnen was schulde, oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Ihr Arm, die Säulenstab. Natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheiß Dreck. Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat. Und eine Geschäftsmann. Ein bisschen Respekt, bitte. Na gut, noch einmal. Wo ist Ihr Arm, Nathan? Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan. Ich will das nicht. In seinem Alter kann das zu viel für ihn sein. Kannst du gerne haben. Ich bin nicht los, wenn du es ausprobieren kannst. Willst du uns nichts sagen, was wir wissen wollen, ne? Ich rede mit dir, ihr... Ja, aber ich bin nicht mehr mit dir. 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 Ich habe dir die Klecke ausgeräumt. Komm, die Hapte goe�. Oh, dass wir dem... Oh, ein Plan mit. Oh, Quai. Wer hat mich verliebt? Und bleib unten! Bitte! Und bleib unten! Um abgedrauschen. Natürlich hat man solche beiden auch noch nicht hier. Macht da so viel drin. Oh, der kleine Leiter ist völlig logisch. Oh, das war ein Sprungerlager. Ich weiß nicht, ob man es nicht mehr kann. Okay, das sieht nicht gut aus. Nope. Nee, nee, natürlich. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee Nichts ehrlich, nicht andere. Nichts andere. Nichts andere. Ja, aber... Ich habe das Spiel noch nicht mehr gemacht, das merkt man nicht mehr. Ich hätte ja vielleicht nicht mehr... Missed! Missed! Das war schon mal. Das war's für heute. Gut, warum ich hier nicht lange brauche, ich habe ja... Das verstehe ich nicht. Das war's für heute. 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 Oh, nein! Oh, ja. Das war's für heute. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay, das ist gut. Oh, Mata! Das war's. Das ist für Sully! Ein komischer Anfang verstecken habt ihr... Ich weiß, dass ich hier nicht weiterführe habe... Ich habe eine Schmuck-Geschmutzung. Ich habe eine Schmuck-Geschmutzung. Ich habe eine Schmuck-Geschmutzung. Das sieht ja nicht alles aus, oder? Ich hab die Nage Verwandt Ich darf doch mal, oder? Okay, ist geschehen. Und, Alter? Ach, ich hab ne Bier. Ja, ich hab das. Was ist das? Vielen Dank. Okay, das war zu viel gefreut. Okay, fast geschafft. Okay. Okay... Okay. Bauer 100 Kron. 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 Das war's für Plan, guys, aber... Alles klar. Okay, aber wo lebt er eigentlich? Schön. Soll ich den mal? Wenn er daran verstorben wäre, wäre er jetzt trotzdem tot. Soll ich den mal? Okay, nicht runtergucken. Okay, ich habe nur einen Versuch. Okay. Zurück auf festem Boden. Auf festem Schiff. Ja, nicht mehr lange. Okay. 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 Dann brauche ich eine Tetanusspritze. Okay. 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 Oh, super. Okay. Okay. Okay.